Na alle zusammen, ich hier ist wieder der Chiller und schau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnision und da haben wir einmal die großen Kisten mit Bergungsgut. Von denen möchte ich insgesamt 20 öffnen und aktuell brauche ich noch insgesamt 10 Items, 3 Stück von Paladin und ich hoffe, die werden wir heute rausziehen. Ja, jetzt gucken wir mal, was brauchen wir denn? Wir brauchen Sonnenseelen-Unterarmschienen, dann Sonnenseelen-Helm und Sonnenseelen-Beinplatten brauchen wir. Lange Namen und jetzt gucken wir mal, ob wir ein bisschen was eintüten können. Als allererstes haben wir nichts Schickes drin, da haben wir nur ein Rüstungsverbesserungs-Item. Beim zweiten haben wir ein Item drin, was wir tatsächlich anlegen können und zwar ein Streitkolben, aber den hatte ich schon. Dann haben wir wieder ein paar Garnisions-Ressourcen. Oh, dann haben wir einen Kopf gekriegt. Ja, sehr schön, den Sonnenseelen-Helm haben wir, also eins von drei haben wir schon mal. So kann das doch weitergehen. Dann sind jetzt hier nur noch ein paar Ressourcen drin. Eine Waffenverbesserung haben wir auch am Start. Dann haben wir eine Rüstungsverbesserung am Start. Sonnenseelen-Sabatons, das sind die Schuhe. Die brauche ich nicht, aber schon drei Items, gar nicht schlecht. Besser als beim letzten Mal, da habe ich ja gar nichts rausgezogen. Also da haben wir jetzt schon deutlich bessere Quote. Wenn jetzt nochmal die Unterarmschienen oder die Beinplatten drin wären, dann wäre es ja sehr, sehr gut. So, acht haben wir noch. Bis jetzt ziehe ich jetzt gerade die ganze nur Ressourcen raus. Noch eine Waffenverbesserung, okay. Noch eine Waffenverbesserung. Eine Rüstungsverbesserung. So, dann kommen die letzten drei. Nix. Aha, da haben wir es doch. Sonnenseelen-Beinplatten haben wir da drin. Und dann machen wir jetzt noch die Unterarmschienen, oder? Hätte ich gesagt. Schade nicht. Aber zwei von dreien ist schon mal sehr gut. Jetzt brauche ich quasi nur noch ein Pala-Teil. Ein Pala, ein Shami, ein Worry. Zwei Rogue, ein DK und zwei Hunter-Teile. Ja gut, so langsam wird es doch hier mit den Items. Juti, damit sind wir auch tatsächlich durch mit einem kleinen Opening-Video. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.